Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Geocraft zu einer weiteren Folge Minecraft Freizeitpark. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt, genauso wie die ganzen Menschen euch gerade mit Hey YouTube begrüßen zu diesem Video, die im Livestream eingeschaltet haben. Denn Freizeitpark gibt es jeden Sonntagabend live auf Twitch zu sehen. Und im Freizeitpark bauen Ayosa 100 und ich einen gigantischen Minecraft Freizeitpark. Ayosa 100 ist gerade wegen seiner Weisheitszähne und ein paar Sachen nicht da, aber er wird Anfang März wieder zurückkommen. Bis dahin kümmere ich mich um solche Dinge wie das, was ich hier sehe. Ihr seht hier zwei Portale und ich kann durch dieses Portal nicht durchlaufen. Warum kann ich hier nicht durchlaufen? So, schreibt es mal in die Kommentare, auch wenn es offensichtlich ist, warum ich hier nicht durchlaufen kann. Schreibt es bitte mal in die Kommentare, denn ich würde mich echt interessieren, vor allem wenn ihr keine Ahnung habt, was hier ist. Schreibt es mal in die Kommentare. Es interessiert mich wirklich sehr. Warum kann ich hier nicht durchlaufen durch dieses Portal? Was ist hier, weswegen ich nicht durchlaufen kann? Das ist etwas, was viele von euch kennen. Viele von euch wissen das. Aber überleg mal, es gibt bestimmt auch unfassbar viele Zuschauer, die das gar nicht wissen, was das ist, was dieses Ding hier ist, warum ich hier plötzlich nicht durchlaufen kann. Na, es ist eine Barriere in Minecraft. Es gibt diesen Blog, diesen Blog, den könnt ihr nicht im kreativen Modus finden, den müsst ihr euch geben. Ihr öffnet den Chat und gebt ein Slash, Give, dann euer Spieler und dann Barrier. Und dann bekommt ihr diesen Blog. Und dieser Blog, der kann platziert werden und solange man ihn in der Hand festhält, sieht man auch, wo der Blog ist. Sobald man ihn loslässt, verschwindet der Blog. Das ist eine Barriere. Die Barriere hat den großen Vorteil, dass sie halt einen unüberwindbaren Blog bietet, den man im Survival nicht abbauen kann. Und wenn man im Adventure-Product ist, noch nicht mal sieht. Das ist eine Barriere. Und dann gibt es noch etwas anderes. Und zwar den Daumen nach oben. Mit dem Daumen nach oben, liebe Leute, könnt ihr dieses Video unterstützen und dafür sorgen, dass der YouTube-Algorithmus auch noch anderen Zuschauern dieses Video empfiehlt. Deshalb solltet ihr unbedingt den Daumen nach oben klicken. Und ihr dürft sehr gerne, wenn ihr möchtet, aber auch nur, wenn ihr möchtet, mithelfen. Denn wir wollen dieses Jahr 400.000 Abonnenten auf diesem Kanal erreichen. Es ist 2024, 400.000 Abonnenten ist unser Ziel. Wenn wir das schaffen, wäre ich euch unfassbar dankbar. Das geht aber auch nur, wenn wirklich jeder von euch diesen Kanal abonniert. Okay, ich habe jetzt lange über eine Barriere gequatscht. Dann gehen wir einfach durch die Tür durch. Oh. 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 Ich drücke gerade wirklich vorwärts. Das ist kein Witz. Ich komme hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Durch die Wand. Das war wirklich verrückt. Ich komme gar nicht durch die Wand. Oh, ich stecke sogar fest gerade in der Wand. Das ist nicht gut. Ich stecke in der Wand fest. Nein. Okay. Also. Mein Plan ist tatsächlich, eine sogenannte Alpha-Wand zu bauen. Also das Problem bei einer Barriere, vielleicht habt ihr darüber mal nachgedacht, ist folgendes. Da kommt man entweder durch oder nicht durch. Wir können die Barriere öffnen oder schließen. Okay. Easy. Aber wenn sie offen ist, kommt ja auch ein anderer Spieler durch. Ich möchte allerdings eine Barriere haben, die für jeden Spieler individuell ist. Das heißt, die kann für einen Spieler an oder aus sein. Und das habe ich hier gebaut. Ich stecke hier gerade ein bisschen drin fest. Das saugt mich so ein bisschen fest, dieses Ding hier. Deshalb muss ich mal ganz kurz, ich muss hier eine Eins ergänzen. So, jetzt habe ich eine Eins ergänzt. Jetzt saugt mich das Ding nicht mehr fest. Ah, das ist aber auch irgendwie weird. Nee. Ist auch nicht so richtig, ne? Nicht das Gelbe vom Ei, wenn ich ehrlich bin. Ich stecke hier gerade drin fest. Was wir hier gebaut haben, ist eine Teleportationsbarriere. Das heißt, ich habe hier eine Fläche. Ich markiere euch mal die Fläche, die hier. Die habe ich mit Command überprüft. Das heißt, mit diesem Command hier, da, dieser Command, der ist super wichtig, kann ich nachschauen, ob sich ein Spieler innerhalb dieses Bereiches befindet. Und ich rede quasi, wir können ja mal Folgendes machen. Wir machen mal kurz diesen Teil hier weg. Und jedes Mal, wenn ein Spieler drin ist, machen wir Run, Say, Hi. Dann schreiben wir mal Hi in den Chat. Das heißt, wenn ich jetzt mein F3 und B drin drücke, dann seht ihr ja quasi, ich als Spieler habe eine Hitbox. Das ist dieses weiße Ding. Das heißt, wenn ihr, ich zeige euch das mal an meiner Maus, ein Spieler mit einem Schwert schlagt und ihr haut hier hin, passiert nichts. Ihr müsst in die Hitbox hauen, damit der Spieler zum Beispiel dann Schaden bekommt, was auch immer. Und wenn ich jetzt gegen diese Wand fliege, flupp, dann leint meine Hitbox genau mit der Wand ab. Also ihr seht quasi, ich bin jetzt exakt, ne, achtet mal, da unten, da an dieser Stelle. Seht ihr, ich berühre noch nicht den Block. Wenn ich jetzt nur einen kleinen Millimeter weiter nach rechts gehe, berühre ich diesen Block und dieser Command wird ausgeführt. Wenn ich diese Hitbox habe, kann ich aber auch gleichzeitig F3 drücken und mal schauen, an welchen Koordinaten ich mich befinde. Das ist diese Z-Koordinaten dort, 414,3. An dieser Position befinde ich mich gerade. Und je kleiner die Position wird, desto schlimmer wird es quasi, genau. Und alles, was ich jetzt hier eingeben kann, ist diesen Teleport-Command. Das ist quasi, dass ich den Spieler an dieser Position, wobei ich jetzt tatsächlich 209,99,99 mache, einfach aus Sicherheitsgründen. So, perfekt. Dann läuft es nämlich besser. Weil das Problem ist, irgendwie stecke ich gerade noch im Befehl fest. Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Das ist eigentlich unlogisch. Der Befehl wird immer noch ausgeführt. Aber guck mal, ich werde nicht so perfekt teleportiert hier. Ich stecke gerade komplett fest. Ich stecke hier fest. Ich kann mich gerade, ey Leute, ich kann mich hier nicht bewegen. Ich kann gerade machen, was ich will. Ich stecke hier gerade fest in der Wand. Ich muss mal ganz kurz eben so hier entkommen. Aber jetzt geht es wieder. Okay. Okay, mit dem hier kann ich einstellen, wo mich dieser Befehl genau hin teleportiert. Die beste Idee ist halt, er teleportiert mich zurück und ich komme wieder weg von dem Ding hier. Verrückterweise wird der Befehl immer noch ausgeführt, obwohl ich gar nicht hier bin. Guck mal, ich fliege jetzt gegen die Wand, lasse mich fallen und kann rückwärts gehen. Ich laufe jetzt rein und kann jetzt nicht mehr rückwärts gehen, obwohl ich noch hochfliegen kann. Ich fliege mal relativ weit hoch und wieder runter und bin immer noch irgendwie drin. Das ist verrückt. Das ist sehr, sehr, sehr verrückt. Not loaded? Okay. Man kann eine Eins-Möbel hinzufügen, wollen wir mal ganz kurz gucken. Die wird nach dahin immer kleiner. Nee, eigentlich muss es eigentlich, eigentlich wäre es ja richtig, wenn der kleiner wird. Also quasi, ne? Nee, doch, größer wird. Also doch, ganz, ganz die Nullen und eine Eins am Ende. Ja, gucken wir mal, was passiert jetzt? Ja, jetzt auf jeden Fall macht es so ein komisches Ding hier. Guck mal, also das ist ein anderes Verhalten als gerade. Ich weiß nicht, was ich schöner finde, Leute. Also wenn ich diese ganzen Nullen hier nicht eingebe, sondern nur die 300 eingebe, oder einfach, nee, die drei einfach eingebe, es ist hier drei, dann hat es diesen, also quasi, es ist ein bisschen angenehmer, dass ich hier nicht durchkomme, aber trotzdem bin ich noch nicht so ganz glücklich. Wenn ich jetzt eine Eins eingebe, geht es, glaube ich. Jetzt wummt der so ein bisschen, aber es geht. Hier wird man, bei so einer Barriere wird man ja nicht zurückgeschleudert, aber hier habe ich, ne, hier wird man ja so ein bisschen gerade herumgesetzt. Hm, kann es was hiermit zu tun haben? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das was ändert, also das ist egal. Wobei, es ist noch ein bisschen schlimmer jetzt geworden. Macht das wirklich einen Unterschied tatsächlich? Mal gucken. Nee, macht keinen Unterschied. Ich kann mich hier nicht mehr loseisen. Interessant, ne? Dass das so verrückt ist, hätte ich nicht gedacht. Aber sobald ich hier drin bin, ne, ich komme hier zwar nicht durch, aber jetzt komme ich auch nicht mehr, ne, ich kann mich nicht mehr loseisen. Ich bin wie ein Magnet hier festgesteckt. Ich werde daran nochmal ein bisschen arbeiten müssen, aber das ist das Ding, was wir heute versuchen wollen zu bauen für den Eingang des Freizeitparks. Wir haben gerade was sehr Spannendes rausgefunden. Und zwar, schau mal, hier oben steht da 414300. Also wenn ich jetzt da dran fliege, seht ihr, wenn ich quasi an die Mauer dran fliege, aber in meiner Data ist der Command 414300000119, also quasi, ihr seht quasi da. Ah, und wenn ich jetzt quasi hier nicht dran sauge und zurück teleportiert werde, dann ist er exakt glatt. Also quasi das ist, wenn ich selber an die Wand gehe und das ist, wenn ich quasi hier dran gehe. Das heißt quasi, also quasi durch dieser Command ist. Das heißt, ich kann zwar immer noch rauf und runter gehen, aber ich klebe immer noch dran fest. Das heißt aber, dass das hier mein Command ist, mit dem wir arbeiten müssen. 414,3000001212. Das heißt, das ist die Koordinate, die wir haben wollen, damit es perfekt ist. Jetzt schauen wir mal, wie ist es jetzt. Ja, es wird immer noch, es wird immer hin und her teleportiert, aber ich komme weg. Also ich kann immer noch durchlaufen. Weißt du was, eigentlich ist das dann wurscht. Eigentlich kann man auch wirklich einfach nur eine Eins hinsetzen. Das sieht man so so nicht. Das ist wurscht, ne? Aber ich glaube, so müssen wir es machen. So ist es am richtigsten gut. Also wir haben es jetzt geschafft, eine sogenannte Alpha-Wand zu bauen. Eine Wand, die man nicht passieren kann. Selbst mit Anlauf und ganz viel Gewalt komme ich nicht durch diese Wand durch. Und die Idee ist, dass das die Barriere ist, die der Spieler nicht überwinden kann, um in den Freizeitpark reinzugehen, ehe er nicht ein Ticket hat. Und das müssen wir jetzt erstmal programmieren. Gut, schreiten wir zur Tat jetzt, die Alpha-Wand hier einzubauen. Alles, was wir dafür machen müssen, ist folgendes. Wir haben hier unten einen Command-Block. Dieser Command-Block, der wird alle zwei Sekunden ausgeführt. Wir brauchen allerdings einen Command-Block, der sehr, sehr schnell ausgeführt wird. Das Problem ist, den die ganze Zeit durchlaufen zu lassen, auch wenn kein Spieler hier in der Nähe ist, wäre ja leistungstechnisch nicht so eine gute Idee. Deshalb habe ich einen Prüf-Command gemacht. Dieser Prüf-Command schaut, ob ein Spieler sich in diesem Bereich aufhält. Seht, aktuell ist er erfolgreich. Wenn ich etwas weiter weggehe, dann ist er Test-Failed nicht mehr erfolgreich. Das heißt, solange ein Spieler hier im Umfeld um dieses Event herum ist, sagt dieser Prüf-Command, ja, alles gut, alles fein. Und wenn das der Fall ist, das gebe ich hier ein, dann soll an dieser Stelle Strom aktiviert werden. Bei diesem Redstone-Komparator aktiviert sich Strom und dann würde jetzt einmal unser Lila-Command-Block gestartet werden, der 20 Mal pro Sekunde ein Befehl ausführt. Den Befehl, den er ausführen soll, den habe ich mir auch schon überlegt. Das wird dieser Befehl sein. Mit dieser Information hier legen wir quasi diese Linie fest. Quasi hier ist eine unsichtbare Linie, die wir gerade beschreiben. Diese Linie ist gerade unsichtbar und hier. Und die ist mit diesem Befehl festgelegt. Die werden wir jetzt natürlich nochmal prüfen. Das heißt, wir machen jetzt quasi das Ereignis. Das Prüfereignis. Run, say, check. So, und sobald wir check im Chat sehen, hat das funktioniert. Und ihr seht quasi, wenn ich jetzt F3 und B drücke, ich laufe jetzt an diese Linie ran. Und sobald ich diese Linie berühre mit meiner Hitbox, das ist jetzt jeden Moment der Fall. Jetzt. One second, please. Hex, hex. Und das ist jetzt der richtige Befehl. So, also, zweiter Versuch. Mal gucken, ob es diesmal besser funktioniert. Ich glaube, ich habe irgendwie die Zahlen durcheinander gebracht. So kleinen Zahlen hängartig. So, schauen wir mal. Ich. Hä? Jetzt. Perfekt, genau. Also, sobald ich jetzt, sobald ich diese Linie berühre, ist alles fein. Ihr seht, ich berühre die Linie. Es ist alles in Ordnung. Warum werden hier Deaths angezeigt? Oh, ich verstehe schon. Okay. Das ist was anderes. Alles klar. Alles klar. Jetzt können wir damit arbeiten. Das heißt, wir müssen gucken, wo der Spieler hinterher geteleportiert werden soll. Das heißt, ich setze ein paar Blöcke und ich laufe an die Blöcke dran. Und ich lese jetzt die Koordinate von mir aus. Die ist bei 405,300001. Okay? Das ist die Koordinate, an die ich hinteleportiert werden möchte. Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Teleport den Spieler, diesen Spieler, an die gleiche Koordinate X, an die gleiche Koordinate Y, aber an diese eine Koordinate Z. Und damit haben wir eine Alphawand erzeugt. Diese Alphawand lässt sich nun nicht überwinden. Das heißt, ich kann nicht hier durchlaufen. Ihr seht, das System blockiert. Es wackelt zwar ein bisschen beim Blockieren, das ist ein bisschen schade. Man merkt natürlich den Teleport. Das System bounce mich ja wieder zurück, wenn ich hier quasi versuche, hier durchzulaufen. Aber es geht. Und ich habe auch keine Möglichkeit, diese Alphawand zu überwinden. Ich gucke jetzt mal selbst mit Speed. Pass auf, wir trinken jetzt mal Speed. Give the JoCraft Speed. Wie heißt das? Doch, Speed. Ist doch ein Effekt. Speed? Nee. Nee. Effekt give the JoCraft Speed. So. Und zwar für 10 Sekunden mit dem Amplier 10. So. Ja, ich bin mega schnell. Und ich versuche mega schnell durch die Wand durchzukommen. Nein. Schaffst du nicht. Okay. Also selbst mit mega schnell kommt man nicht durch die Wand durch. Also mit dem Kopf durch die Wand. Keine Chance. Geht. Nicht. Ähm. Wobei. 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 Ja. Okay. Also man kann tatsächlich mit genug Speed durch die Wand durchkommen. Sehr schön. Ähm. Aber das ist ja nicht so ein Zweck, dieser Wand. Äh. So. Das Schöne ist, die Wand wirft uns wieder raus. Das ist das Schöne von allem. Man kann die Wand auch einfach umfliegen. Höhöhöhöh. Und sie wirft mich einfach wieder raus. Das heißt, sobald ich mich der Wand nähere, wirft sie mich raus. Gut, ne? Ähm. Die Besonderheit soll jetzt folgendes sein. Wenn ich ein Ticket in der Hand halte, dann soll die Wand mich nicht durchlassen. Beziehungsweise, ich hab eine viel bessere Idee. Und zwar, wenn die... Guck mal, ich bin ein Einhorn. Die JoCraft ist ein Einhorn. Seht ihr das? Einhorn. Okay. Wenn ich folgendes mache. Scoreboard Players set the JoCraft Temp Intro auf 0, dann startet ja die Intro-Sequenz. Und solange dieser Score auf 0 ist, ne? Der Score geht von dann an eine wieder aus, sobald ich weiter weggehe. Sobald dieser Score auf 0 ist, soll mich die Wand durchlassen. Das heißt, ich kann eigentlich folgendes sagen. Ähm. Ich kann einfach hier einbauen. Unless Score at S Temp Intro matches 0 oder größer. Das heißt, sobald ich diesen Intro-Score habe, kann ich durchlaufen. Jetzt kann ich durchlaufen, wie ihr seht. Weil jetzt ja auch die Freizeitpark Intro-Sequenz startet. Die müsste sich stoppen, sobald ich etwas weiter weggehe. Okay. Ich bin weiter weggegangen. Aber jetzt müsste sie wieder gestoppt sein. Das heißt, jetzt dürfte ich nicht durch die Alpha-Wand durchkommen. Mal gucken. Ne, doch, die ist immer noch da. Ähm. Wenn ich die jetzt auf Minus 1 setze, dann stoppt das ja. Genau. Es stoppt und ich komme auch nicht mehr durch, wie ihr seht. Aber sobald ich diesen Score-Intro habe, werde ich durchgelassen. Und die Freizeitpark-Intro-Animation wird ausgeführt. Sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Freizeitpark. Freizeitpark. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Ich frage mich jetzt, ob man das noch optimieren kann. Und ich frage mich gerade, wie das mit der Intro-Ganz, mit der ganzen Geschichte ist. Execute if End. Solange es jemanden gibt, der eine Intro-Animation hat, wird das ausgeführt, ne? Diese ganze Intro-Geschichte. Aber ich meine mich doch zu erinnern, genau, dass das ja quasi sich abschalten kann. Genau, weil wenn ich hier weggehe, und dieser Score nicht mehr aktiv ist, ist der Score, der checkt, ob ein Spieler hier in der Nähe ist. Also quasi die Intro-Animation kann deaktiviert werden, wenn der Spieler einfach weggeht. Dann wird die Intro-Animation deaktiviert. Okay. Cool. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft, eine Alpha-Wand zu bauen, durch die man so schnell nicht durchkommt. Eine Sache würde ich noch gerne testen. Und zwar, was ist, wenn wir exakt die Koordinate eingeben? Das heißt, wenn ich jetzt nochmal meine Koordinate auslese, wir geben genau die ein. 4, 0, 5, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 9, 2, 0, 9, 3. Das ist crazy. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt, ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Ändert das etwas? Ist das dann smoother? Ist die Animation dann besser? Würde mich interessieren. Mal gucken, was passiert. Achtung. Es ändert kaum was an der Animation. Nee, also es ändert wirklich nichts an der Flüssigkeit der Animation. Deshalb würde ich das ein bisschen aufrunden auf 0, 1. Das reicht mir. Damit bin ich glücklich. So. Meine Damen und Herren. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, eine unsichtbare Alpha-Wand zu machen. Und jetzt muss man noch irgendwie ein Ticket einlösen. Und dafür brauchen wir einen Ticket-Kontrolleur. Und was du es damit auf sich hast, das seht ihr in der nächsten Folge. Deshalb abonnieren und nicht verpassen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute.